Wir haben die 95.000 Abonnenten erreicht, äh, äh, äh. Und der Clan Kimme ist voll. Und heute spielen wir mal eine Runde Skywars. Doch was ist eigentlich Skywars? Skywars, ein Spielmodus für groß und klein. Hier wird man runtergeschlagen oder verprügelt. Der zuletzt überlebt hat, hat gewonnen. Na dann mal rein in die Runde. Ich glaube es ist das Crafter-Kit, was ich habe. Da sind nämlich die ganzen Dias dabei. Okay, dann mache ich mir noch ein Dias-Schwert. Oh, 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 oh. Okay, wen picken wir zuerst, Mann? Oh nein, 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 nein. Der sieht schon so brutal aus, Mann. Wie so ein richtiger Schlägertyp. Oder so sehen die doch immer in den Clubs aus. Gehen wir mal bei der anderen Seite rüber. Okay. Oh, der ist low, der ist low. Was macht der da denn? Ja, okay, dann besuchen wir den nochmal. Komm her, Mann! Okay. Die scheiß Köter, Mann! Oh, okay. Nein! Der Schlägertyp. Halt der Maul. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Nee. Nee. Wisst ihr, ich brauche in Skywars nicht mal eine Challenge machen. Die einzige Challenge, die ich in Skywars machen müsste, ist die, dass ich einfach mal gewinne. Oh, da kennen mich wieder welche. Es ist richtig cool, dass mich so viel auf Gommel erkennen. Das macht richtig Spaß, so Minecraft zu spielen und aufzunehmen, Mann. Ja, und weil jetzt dieser Kim-Clan so schnell vollgegangen ist, habe ich mir überlegt, dass ich jeden Monat quasi einen neuen Clan mache. Sprich, im Februar mache ich dann vielleicht den Nippel-Clan oder den, keine Ahnung, Piccolini-Clan. Mal schauen, mal schauen, was sich ergibt, ne? Oh, kleines Arschloch. Ah, komm her, Mann. Nein, nein, er hatte nur noch ein Herz. Auf jeden Fall haben sich schon welche Knusper Spast genannt, das fand ich auch richtig nice. Ihr könnt ja auch sowas machen, wie zum Beispiel vor eurem Namen Kimmel schreiben oder Knusper. Das wäre auf jeden Fall auch richtig nice. Was mich auch richtig abfuckt, mich nennen ganz viele Knusper. Aber mein Spitzname ist eigentlich Knusper. Knusper klingt einfach viel süßer als Knusper. Knusper, das klingt nach so einem Knastinsassen oder so. Du Bastard, was machst du denn hier? Verpiss dich. Oh mein, oh mein Gott, Alter. Okay, ich gebe Skywars eine letzte Chance. Noch willst du ein Screen mit mir, doch wart es erstmal ab, bis ich dir die Kakao-Würstchen in dein Arschloch stecke, du kleines... Ich habe einen Plan. So, wenn ihr schon zu geil drauf seid, mich dann dauernd wegzuficken, dann holt mich doch, Mann. Kämpft um eure Beute. Hey, na? Brauchst gar nicht so gucken, du kleines Arschloch. Will er damit sagen, ich spiele unfair? Ja, gut, dann habe ich ja wohl gewonnen. Friss Sprengstoff, du kleine Schlampe. Oh, 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 jetzt gibt es Ärger im Paradies, Alter. Oh nein. Junge ist auch schon wieder so ein Schlägertyp. Ich springe jetzt einfach runter und schubs ihn weg. Als ob! Nein, Mann! Als ob ich das einfach verkackt habe. Naja, das war es dann für heute mit Skywars. Gebt einen Daumen nach oben oder ich breche in eure Küche ein und kack in euren Kühlschrank.